Mein Name ist Bernd Hüntelmann und ich bin der Geschäftsführer der Hüntelmann Logistik GmbH. Mit Sitz in Lahn, das liegt im Emsland. Wir betreiben ca. 50 ziehende Einheiten, hauptsächlich im Schubbogen- und im Kühllogistikbereich. Also ich kenne Peter seit ca. 5 Jahren. Ich bin damals über Social Media auf ihn aufmerksam geworden und habe dann einfach mal Kontakt aufgenommen. Die Bereiche, die wir unterwegs sind, sind einmal im Kühlkofferbereich, da sind wir oft mit geringen Transportgewichten unterwegs. Da sparen wir ca. 2 bis 3 Liter und im Schubbodenbereich sind wir viel im Abfallbereich unterwegs, transportieren von Nord bis Süd Abfälle durch die Gegend und da haben wir natürlich höhere Gewichte und da können wir auch bis 3 Liter ungefähr sparen pro 100 Kilometer. Wir arbeiten seit 5 Jahren mit Peter zusammen, da er sehr flexibel ist und ich ihm auch sehr vertraue, unseren LKWs ihm anvertrauen, dass er den Spritverbrauch dementsprechend optimiert. Ja, passt einfach die Zusammenarbeit. Natürlich würde ich Sharknet Electronic weiterempfehlen. Da wie schon erwähnt, wir seit einigen Jahren mit ihm gut zusammenarbeiten, würde ich auf jeden Fall an unsere Partner, den Peter, weiterempfehlen. Ja.